was soll das so blöde kuh hört doch mal auf mich runter zu stopfen man willkommen zurück liebe leute zu einer neuen folge seven days to die age of oblivion ja wir haben die horde nach erfolgreich überstanden ich habe alles schön weg geräumt was weg freuen war ja und hab mir dann so getan gemacht wie es weitergeht so da ja die horde nächte jetzt im moment so einigermaßen funktionieren wir sind einigermaßen auf der gut auf der sicheren seite sind die beiden dinge hier mein neues ziel einmal hier im händlerberg das kennt ihr noch da mal runter gehen genau zu erforschen was da ist und natürlich das große ziel hier die fabrik ich nenne die fabrik die fabrik von der ich davon ausgehen dass das hier so die fabrik ist wo das ganze übel aus er kommt um das alles zu erreichen brauchen wir mumpeln 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 wir werden jetzt erst mal hingehen warte hier haben wir die hausstation habe ich hier schon mal hin gepackt wir brauchen mumpeln wie können wir herstellen 809 9 stand ließ an den geschossspitzen da lassen wir jetzt mal so ein bisschen blei reinlaufen glaube ich wäre ganz gut für geschossspitzen wir laufen noch stahl barren durch das ist gut ich stelle mal schnell hier die braustationen station irgendwo hin ja und stelle dahin jetzt ist das auch abgeschlossen ruf hier jetons jener bonus sehr gut das war was anderes das war was anderes ja hier hatten wir die wir hatten wir die dings drin und was kann daraus man hier alles alles in kredienzchen ja wir nehmen das alles mal raus alles schöne in die grenz ingredienzchen für das mal weg wenn man hier ja wohl animal dna sehr geil wir haben animal dna endlich mal gefunden ja dann läuft noch ein bisschen was durch wir müssen kochen auch noch mal weiter kommen hier acht minuten macht das mal so hier mal zwei besten points so das ist voll das ist gemacht wir haben hier einige sind drin ja ich weiß wir hatten erst so eine händler vor gemacht aber ich will jetzt unseren händler wir brauchen ja auch eine quest und so kann man ja zwischenzeitlich auch das zeug verkaufen wenn man dann schon da sind meine meinung weil wir fahren in die richtung das geht dann in einem hin wie gesagt das große ziel für mich jetzt ist ja kommt system wo hängt das große ziel ist jetzt natürlich den händlerberg da endlich mal runter zu kommen und zu gucken was da drin ist bin ja schon neugierig und das große ziel natürlich ist aber wie gesagt da brauchen wir waffen gut waffen haben wir jetzt einigermaßen brauchbare dafür system was los da haben wir brauchbare dafür wir brauchen aber nichts wir verkaufen ein wenig wir haben ein wenig holen raus danke muss man für munitions wir nehmen das munitionsverfertigungspaket und die war so jetzt wird hier fertig wenn es ja nicht stimmt die schaufel auch nicht mehr die schaufel will er dann auch nicht mehr haben der junge mann die pistole auch nicht gut die heben wir dann auf die verkaufen an jemand anderes aber immerhin 4500 20000 plus gemacht so dann guck jetzt nach mumpen wir brauchen die panzerbrechung auf jeden fall tür öffnungsgeschoss nein da müssen wir uns langsam auch mal was aufbauen wie sieht es denn hier aus munitionsherstellung hast du da irgendwas nein hat er nicht immer schnell die anderen händler abchecken so rein mumpeln technisch der panzerbrechung quarantina können mal außer und nehmen wir mit bla 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 braun wir nicht 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 braun mal mit braun mal mit braun wir nicht braun wir nicht braun wir noch keine rohstoff mit nitrauch mit sil Ici Ohmar ja Nimmst du alles hier mit? Sagst du. War da noch sonst irgendwas? Benzin. Ja komm. Benzin nimmst du auch ein bisschen mit. Messing haben wir glaube ich genug. Next one. Schossspitzen sehr schön. Ganz ein bisschen. Bäm bäm bäm. Die Parche ist rüber. Drei Kohle. Was war's? Time is money. Ist zwar nicht viel, aber ich nehm sie mit. Jedes Fizzelchen hilft. Jedes Fizzelchen hilft, Leute. Mühsam, wenn jetzt das Eichländchen ist. Die Panzerbrecher nehmen wir mit. Ja, da kommen wir auch langsam auf den brauchbaren Punkt. Die Schossspitze nehmen wir mit. Komplett nahe. Ohne Hülse noch. Siehst du mal. Was ist noch? So, ich Intelligenzpolsen. Hab natürlich verpeilt, mir bei unserem alten Rekt ne Quest zu holen. Mach die mal auf. Danke so much. Hey, komm wieder. So. Gut. Einmal eben noch hier ne Quest abholen. Wir haben hier ne normale. Ne normale. Was ist das? Auch Ostfitch. Was ist das? Eine Zwiebel. Mal abholen, säubern. wir haben ja nichts anderes wir haben ja nicht anders als das ausbild von terror machen wir das hoch und leer machen dann ab rüber vom ost wird schon ja gut rein da was soll das so blöde kuh hör doch mal auf mich runter zu stoppen man hier kannst du wieder aber ja auf mich da irgendwo runter zu schuppen was soll denn der scheiß so jetzt erstmal ruhe hier auf dem dach abrund nichts es wird nichts abgebaut wo geht es weiter wo geht es weiter wo geht es weiter hier angucken nicht ein bisschen klebe wollen sehr gut hier rüber 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 mumpeln sehr schön dass das sein soll weiß ich auch nicht aber egal die waren dahin ich denke mal hier geht es dann gleich rein mal hier irgendwas vergessen nein wir scheinen alles zu haben gut gehen wir doch mal hier rein ruhe in der höhle und so weiter ja komm ein schnitzelchen sehr gut irgendwas irgendwie hat sich nicht so aus die wasser nehmen wir gerne mit papiers auch in ordnung hier irgendwas zum looten nein 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 da muss brauchen wir nicht nehmen wir das doch nicht mit das jetzt ab diese holz käppchen 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 ich schupp mich schon wieder die blöde kuh die schuppt mich jedes mal was soll der scheiß das ganze stört mit die blöde kuh mal aufhören nicht zu schuppen immer da geht es runter gleich müsste jetzt hier noch bestimmt welche kommen doch doch nicht leben da hat auch wehgetan da war hier irgendwas das ist sehr schön nehmen wir auch mit die geht es nur darum durchgucken ganz verstört werde nehme ich auch macht was macht genau nach es ist nach laden wo ging es runter da muss das sein so macht das an hier sind wir durch weiter runter hier kamen wir runter juhu so macht das spaß so macht das spaß liebe leute endlich endlich habe ich an schön alles weg spritzelt schön die waffentechnen nehmen wir gerne ok was war hier haben sie wohl angebaut ein paar sachen diese brauchen gut von da kam war da kann man darunter ja mal medizinal büchlein da ist und nicht auch hier sowohl weiter immer weiter immer weiter wir haben schon vier uhr animal fett ist in ordnung das kannst du nehmen hole ist in ordnung kannst du auch nehmen sehr schön nichts hier haben wir rasiert hier haben wir rasiert hier haben wir rasiert hier haben wir rasiert gut ein stock der kiefer da hinten bist du beschäftigt erschreckt mich doch erschreckt mich doch den kann man reparieren und es war schon alles vorbei ja komm nimm die vitamine mal nimm sie mal ja sehr gut ihre ak freigeschaltet raus hier kann man sonst alles nachgucken ja 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 schatzkärtchen sehr schön das wird schnell verfreundet an der blöde köder dann jetzt schon wieder her das war die schlingelchen blödes vieh nichts aufregend ist hier hier schon rasiert hat das schon rasiert hier drin ist nichts zum rasieren gut wenn ich jetzt gucken hier ist nichts tactical warfare ist in Ordnung wir nehmen die medizin mit natürlich können wir hier könnten wir hier unmengen von zeug abbauen das ist mir auch klar ist was aber das wird ja ewig auf das hätte sollten wir mal hier auf dem stockwerk eigentlich alles an ja wir haben die auch noch gut jetzt nehmen wir den Erdbeschluss rein holen die bücherei hier ist nur ein klo weiter runter wo denn der seite dabei ja mal wieder nicht irgendjemand hatte mal wieder aus immer zu basteln dass hier keiner durch kommt jemand drinnen nein hier sind wir wieder auf der seite ist sowas wie ein klo gut nicht überladen die bücher durch medizin an feuerwaffen nein nein will ich doch gar nicht das hier haben wir das hier haben wir das hier haben wir das hier ist eigentlich jetzt alles hier haben auf der ebene hier eine tür hin hier eine tür hin hier 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 gerade los noch jemand rumzulaufen alter schwede was war das denn hier gerade hier einmal rein hier 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 sind wir so schnell durchgezogen repariert das hier 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 sehr gut in mumpeln noch in lockpick sehr schön ich bin stark das essen wenn du so bleibt nur die tue ich bin jetzt mit glück nicht überladen wegen dem noch ein schlüssel gekriegt ja noch zwei sehr gut aus hier einmal raus hier und einmal wollen wir hin ob es noch schaffen ja können wir noch schaffen abgeben dann gebe ich jetzt noch ab schnell auf die schnelle dann haben wir das auch ach das bike ist einfach schweinigeil das geht so geil nach vorne da die anse und ist es stabil ihr seht ich habe das bike bisher noch mit keinem repset reparatur setzt repariert damit was auch sonst und das ist immer noch drei viertel repariert brems brems wir geben ab nichts hält mich am boden die 5er schrotze nehme ich doch gerne unter die die zeitschriften morgen gucken wir nach nach einem neuen quest da sind wir durch für heute dann sind wir durch für heute liebe leute ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet bei einer neuen folge seven days to die age of oblivion mit mir und bis dahin bleibt gesund bleibt so schön passt auf euch auf bis zum nächsten mal ciao 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 Vielen Dank.